Wir sind in Vientan in unserem Hotel angekommen und da war nur eine Nacht Zeit haben hier, beziehungsweise jetzt heute den Nachmittag, haben wir uns gleich einen Tuk-Tuk-Treiber bestellt. Wo geht es hin? Zum Buddha Park und danach in die Innenstadt. Wir sind in Vientan, wo sitzen wir? Wieder im Tuk-Tuk. Auf dem Weg zum Buddha Park. Boom gehen. Iiii! No. Hoch. Das ist der Bekong River, das ist hier. Und das ist der Zentrum des Storrages, mit einem Gehirn und Helm. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018